Wie ist es eigentlich mit dem Thema Einsamkeit bei euch? Fühlt ihr euch manchmal einsam? Ich meine, manchmal ist es ja auch in Ordnung. Oder schlummert da vielleicht manchmal ein Gefühl von Einsamkeit, das vielleicht einfach nicht mehr so richtig schön ist? Woher kommt das Gefühl vielleicht? Wieso fühlt man sich manchmal verdammt einsam? Aber warum ist es auch wichtig, alleine sein zu können? Kann ja auch sein, dass einem das auch schwerfällt. Ich werde euch mal erklären, wo das herkommt mit der Einsamkeit, was es vielleicht mit einem machen kann, aber auch, was man machen kann, um selber aus diesem Thema so ein bisschen rauszukommen und sich nicht mehr einsam zu fühlen, aber auch gut alleine sein zu können. Am Ende natürlich auch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie und wisst ihr, dieses Thema Einsamkeit ist ein Thema, was relativ stark aktuell, ich finde, dieses Jahr so diskutiert wurde. Diskutiert wurde auch im politischen Bereich, ich fand mich total interessant, als ich mich auf das Video vorbereitet habe, ein bisschen das Skript geschrieben habe, habe ich gelesen, dass die FDP im Mai im Bundestag eine kleine Anfrage zum Thema hatte, der Auswirkung von Einsamkeit auf die öffentliche Gesundheit, war so eine Fragestellung. Und jetzt gab es auch kürzlich erst von den Linken eine Anfrage. Ach ja, ihr wisst ja auch, alle Quellen, die ich erwähne, findet ihr natürlich hier unten verlinkt und natürlich auch auf meinem Blog. Also ihr merkt, das Thema bewegt einfach klar und es ist ja auch so, dass wenn man sich sehr stark einsam fühlt, das Ganze echt Auswirkungen hat. Eine Auswirkung klar auf das Lebensgefühl und natürlich auch auf das Glücksgefühl, wie glücklich bin ich im Leben. Und ihr wisst ja auch, Körper, Geist, das hängt natürlich auch zusammen. Und so hat es, erzähle ich euch später auch noch ein bisschen mehr drüber, auch tatsächlich mitunter Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit, die man einfach hat, die psychische und auch die körperliche mitunter. Wenn man sich so diese Sache mit dieser Einsamkeit so ein bisschen anguckt, dann kann man so, wenn ihr es vielleicht euch selber auch mal vorstellt, wie ich finde, auch sehr nachvollziehbar, so zwei Arten von Einsamkeit sozusagen, Dimensionen unterscheiden. Man kann zum einen sagen, es gibt so die soziale Einsamkeit. Das ist, wenn man einfach ja kein soziales Netzwerk hat, wenn man keine Freunde, Bekannte hat, wenn man vielleicht zu Nachbarn überhaupt gar keinen Kontakt hat. Und das kann etwas sein, was manchmal vielleicht kurzfristig ist. Ihr seid vielleicht gerade irgendwie umgezogen in eine andere Stadt. Klar, da muss man sich erst wieder ein neues Netzwerk irgendwie aufbauen, was mit dem Alter natürlich auch nicht unbedingt leichter wird. Und es gibt aber auch die emotionale Einsamkeit. Einsamkeit und diese emotionale Einsamkeit, da fehlen wirklich diese engen Bindungen, engen Bindungen zu anderen Menschen, die man herstellt. Diese Nähe einfach auch, so ein Intimpartner, den man einfach hat, vielleicht ein enger Freund, den man hat. Und dieses Gefühl ist sehr viel auch mit Angst verbunden. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, ja, das gibt es. Es gibt aber auch, und das ist diese Abgrenzung des Alleineseins. Alleinesein kennt ihr vielleicht auch alle. Man ist mal von jemandem räumlich und zeitlich einfach getrennt von Menschen. Und es kann einfach sein, dass ihr vielleicht ein ganzes Wochenende, ihr seid gerade Single und verbringt das ganze Wochenende, vielleicht zu Hause, geht mal raus auf den Markt, redet da mit irgendeinem Verkäufer. Aber ansonsten seid ihr vielleicht über das gesamte Wochenende alleine gewesen. Das heißt, ihr habt ohne jegliche Kommunikation mit anderen Menschen eure Zeit verbracht. Wie gesagt, kurzes Gespräch mit Verkäufer, aber vielmehr war da einfach nicht. Und das ist ganz interessant, denn dieses Alleinesein, das kann auch wirklich positiv besetzt sein, als Fähigkeit zum Alleinesein. Und zwar habe ich da was gefunden von Winnicott. Und zwar hat der gesagt, eines der wichtigsten Zeichen der Reife in der emotionalen Entwicklung ist eben auch diese Fähigkeit des Alleineseins. Und deswegen, es gibt da schon einen großen Unterschied eben zwischen Einsamkeit und Alleinesein. Ja, wo liegen manchmal auch diese Ursachen, dass man sich so einsam fühlt? Das kann einmal, können es die äußeren Umstände sein. Ich habe euch das eben gesagt. Es kann sein, dass es im Leben Veränderungen gab, dass man umgezogen ist und dass man deswegen einfach ja alles komplett neu aufbauen muss. Klar, man kann heutzutage, könnt ihr irgendwie über WhatsApp Kontakt halten, ihr könnt skypen, ihr könnt was, was ich was machen. Ja, aber trotz allem ist vor Ort natürlich die Lage eine andere. Ja, und wenn ihr, sagen wir mal, seid gerade nach Berlin gezogen irgendwie, ja, sitzt in eurer Wohnung, habt einen neuen Job, alles super, aber soziale Beziehungen sind einfach noch nicht da. Und da kann natürlich auch mal so ein Gefühl der Einsamkeit bei einem selber hochkommen. Es kann auch einfach sein, dass man enorm viel arbeitet im Job und deswegen vielleicht auch echt gar nicht so richtig Zeit hat, soziale Beziehungen zu pflegen. Es kann auch sein, dass man sich gerade getrennt hat. Auch das, finde ich, ist so ein Gefühl, ne? Vielleicht ist man sehr, sehr lange zusammen gewesen einfach auch mit dem Partner. Ja, so, man trennt sich jetzt, war ein ziemliches Hin und Her. Ja, und dann kommt der Worst Case, vor dem man vielleicht echt schon Horror hatte. Man ist wieder alleine und das nicht nach ein, zwei Jahren, vielleicht sogar nach 15 Jahren oder so. Ja, eine lange Zeit und dann wird einem so ein bisschen klar, Mist, was mache ich denn jetzt? Ja, denn viele Freunde, ja, die sind vielleicht, haben eine Beziehung, haben eine Familie vielleicht auch, kümmern sich darum. Klar, die treffen sich auch mal mit euch, aber die haben natürlich jetzt nicht darauf gewartet, mit euch gemeinsam das Wochenende zu verbringen. Und das kann einem natürlich ein ganz schön starkes Gefühl der Einsamkeit einfach bringen. Oder auch, ja, man selber. Man kann auch sich selber vielleicht so sehen, dass man immer denkt, so, boah, ich bin einsam, aber ich bin auch selber schuld daran, dass ich einsam bin. Ich bin auch sehr eigen, irgendwie von meiner Art. Ich bin nicht so gesellig vielleicht auch. Was habe ich vielleicht auch zu bieten? Ich habe vielleicht auch nicht so viel Witz, so viel Humor wie andere Menschen, wenn meine Arbeitskollegin erzählt, was die alles für Leute kennt. Und ich kenne gar nicht so richtig die Leute und habe da auch nicht so die Beziehung zu anderen, kriege da Beziehung auch nicht so richtig hin, habe ich das Gefühl. Also, dass man sich selber da richtig starke Vorwürfe macht. Manchmal gibt es auch, finde ich, so Sätze, dass manche Menschen sagen, ja, es liegt einfach auch daran, dass die Gesellschaft sich so unpersönlich entwickelt hat. Die Kommunikation, ja, es ist, wie ich finde, ein ziemliches Totschlag-Argument. Ich meine, ja, die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter. Es verändert sich auch die Kommunikation sicherlich. Aber trotz allem hat man ja trotzdem noch soziale Beziehungen untereinander und kann trotzdem Verbindungen, enge Bindungen auch zu anderen Menschen eingehen. Und es kann natürlich auch sein manchmal, dass Menschen immer nur anderen die Schuld geben für die eigene Einsamkeit. Auch das ist natürlich etwas, was natürlich schwierig ist, denn damit macht man es sich vielleicht auch so ein bisschen zu leicht einfach in dem Moment, zu einfach auch. Und denn auch da liegt vielleicht nicht nur die Ursache, sondern es ist auch schon wichtig, glaube ich, da komme ich auch gleich noch drauf in meinem Video, auf sich selber mal einfach zu gucken und zu schauen, was kann man aber auch selber so ein bisschen machen, damit man aus diesem Thema so ein bisschen rauskommt und so ein bisschen mehr dieses Einsamkeitsgefühl ablegt, aber alleine sein durchaus lernt. Ja, wie können jetzt aber Gedanken aussehen, die man hat oder Situationen, in denen man sich einsam fühlt? Ich habe da jetzt mal fünf Punkte für euch zusammengestellt. Es kann als erstes sein, die gefühlte Ablehnung anderer Menschen. Es kann gut sein, dass man die ganze Zeit denkt, boah, keiner mag mich, wie ich bin. Ja, das habe ich euch eben gesagt, diese Schuld, sich selber zu geben und jede kleinste Sache, die irgendwie, wo ein Nein, Nein vielleicht kommt, ja, wo jemand, man macht vielleicht den Schritt einer Verabredung, sag mal, willst du mit mir nicht mal abends weggehen oder irgendwo hingehen? Und diese kleinste Punkt der Ablehnung führt zu dieser blöden Bestätigung. Ja, es ist einfach so, ich werde ewig alleine bleiben. Ja, man kategorisiert sich vielleicht auch selber in so eine Ecke und werde ewig einsam bleiben. Das Zweite ist, man ist einsam, weil keine Menschen da sind oder die falschen Menschen einfach auch. Es kann sein, dass man zum Beispiel eingeladen ist, durchaus auf Feiern. Man ist vielleicht auch auf einer Feier, da sind auch viele Menschen, man unterhält sich auch. Und das hat man vielleicht auch öfter. Das Problem ist eben nur, man geht nach Hause und denkt sich, ja, war okay, aber ich fühle mich irgendwie so einsam trotzdem. Ja, trotz dieser ganzen Sachen, die ich da mache. Da ist so eine Leere irgendwie auch, so eine Einsamkeit. Ihr erinnert euch, was ich eben gesagt habe. Es gibt ja diese emotionale Einsamkeit. Die ist da vielleicht dann einfach da, dass dieses leere Gefühl da ist, dieses Gefühl der Einsamkeit. Oder man geht halt abends im Club, man geht irgendwie feiern. Als Mann lernt er auch, ist echt, lernt er total viel Frauen kennen, ist auch echt beliebt. Nehmt da auch ab und zu mal eine mit nach Hause, aber es ist irgendwie immer das Gleiche. Am nächsten Tag erfüllt ihr euch dann, wenn ihr vielleicht so ein Mann seid, verdammt einsam. Und irgendwas ist da nicht in Ordnung. Jedenfalls fühlt es sich so an. Dann kann eben auch das Gefühl der Einsamkeit kommen in der Phase der Neuorientierung. Auch ein wichtiger Punkt. Man hat beispielsweise krankhaft narzisstische, extrem narzisstische Eltern gehabt. Ihr wisst, da habe ich einige Videos schon zu dem Thema gemacht. Wenn es euch interessiert, ich habe euch hier oben unten natürlich auch die Videos nochmal verlinkt. Also es kann eben sein, ihr habt diese Eltern, ihr habt vielleicht auch krankhaft narzisstische Freunde gehabt, extrem narzisstische Freunde. Auch da habt ihr einige Schritte gemacht. Und auch da habe ich ein Video zu gemacht, schaut da auch gerne nochmal rein. Ja, und das Problem ist, dass ihr das erkannt habt, dass ihr jetzt so ein bisschen Grenzen einfach vor euch gezogen habt. Grenzen einfach nur in der Form, dass ihr vielleicht eure Eltern nicht mehr so oft besucht. Dass ihr einfach nicht mehr regelmäßig jedes Wochenende zu eurer Mutter am Sonntag fahrt, sondern weniger zu ihr fahrt. Und sie das aber auch nicht so richtig gut findet, euch da teilweise auch jetzt abstraft mit Schweigen. Oder ihr habt vielleicht einfach eine Freundin gehabt, eine Beziehung schon eine längere Zeit. Ihr habt aber gemerkt, irgendwas ist da nicht so richtig in Ordnung. Und ihr habt jetzt selber auch mal ein paar Sachen eingefordert, weil diese Beziehung sich nur um diese Freundin gedreht hat, um eure Freundin. Und ihr habt jetzt auch ein paar Wünsche in dieser Beziehung einfach mal geäußert. Und das hat ihr überhaupt gar nicht gepasst. Und jetzt beginnt sie da, euch auch so ein bisschen abzustrafen, sozusagen mit irgendwelchen komischen, kurzfristigen Absagen oder mit Drama, das ständig in das Leben kommt. Ja, und so verändert sich vielleicht euer Leben in verschiedenen Bereichen. Ich habe euch gesagt, man fährt weniger zu den Eltern. Diese Liebesbeziehung wird vielleicht, vielleicht geht sie auch zu Ende. Ja, verändert sich vielleicht aber auch Freundschaften. Man hat vielleicht jahrelange Freundschaften gehabt. Und man fordert auch da vielleicht einfach jetzt mal ein paar Sachen ein, dass man sagt, hey, ich kann an dem Tag nicht, möchte gerne mich am anderen Tag verabreden. Oder ihr gebt der Person einfach mal ein Feedback. Hey, und auf einmal hat diese Person auch nach 15 Jahren diese gute Freundin, dieser gute Freund, wie ihr dachtet, einfach keine Zeit mehr. Das ist auf der einen Seite natürlich eine gute Sache, wenn man einfach auch noch mehr auf sich achtet, eine Grenze zieht. Aber es hat natürlich auch diese Kehrseite sozusagen auf den ersten Blick. Ich werde euch gleich sagen, warum das auf den ersten Blick so ist, dass man einfach mehr Zeit hat sozusagen, aber sich vielleicht auch im ersten Schritt erstmal ganz schön einsam fühlt. Denn Freunde wachsen nicht überall auf den Bäumen. Das ist auch eine Sache, das braucht einfach Zeit. Auch mit der Familie diese Umstellung, dass man diese Zeit, die man vorher hatte, diesen Sonntag, der liegt jetzt irgendwie sozusagen vor einem und man weiß gar nicht, was man machen soll. Und das kann, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr ernüchternd sein. Und da können natürlich auch so Einsamkeitsgefühle, soziale Einsamkeit, die da vielleicht auch bei einem selber aufkommen. Es kann auch sein, dass man ungewollt alleine ist. Auch das kann so ein Gefühl sein. Man bekommt es einfach nicht hin, Beziehungen zu anderen Menschen, soziale Beziehungen aufzubauen. Zumindest glaubt man das. Vielleicht wählt man da auch häufig die Falschen auf, die man da so für das Umfeld, sein Umfeld, ein enges Umfeld auch einfach lässt. Aber man hat das Gefühl, ich kriege es einfach nicht hin, eine vernünftige soziale Beziehung aufzubauen. Auch das kann natürlich so ein Gefühl der Einsamkeit geben. Oder es kann auch sein, dass man sich mit total vielen Menschen andauernd umgibt, immer wieder verabredet und immer wieder busy ist. Egal mit wem. Hauptsache, man ist vermeintlich nicht alleine. Auch das kann so ein Mechanismus sein. Habe ich euch eben gesagt. Man geht immer, irgendwer abredet sich. Man ist vielleicht auch montags hier, ist man vielleicht in der Laufgruppe. Am Dienstag ist man irgendwie bei einem Vortrag immer von Meetup. Also man hat so seine Sachen. Ist ja auch schön, wenn man so viel unternimmt. Aber man unternimmt nur noch was, um diesem Gefühl der Einsamkeit, des Alleinseins vielleicht auch zu entfliehen. Welche möglichen Auswirkungen hat denn aber dieses Gefühl der Einsamkeit, wenn man es extrem hat? Ich habe da einige für euch zusammengestellt. Ach ja, ihr wisst auch, eine Quellen findet ihr natürlich immer unter meinem Video, natürlich auch auf meinem Blog. Und wenn ihr natürlich auch noch eigene Gedanken habt, total gerne, schreibt sie unten unter das Video. Ja, gesundheitliches Schäden ist ein Punkt. Das Risiko an einer psychischen Erkrankung ist bei Alleinelebenden um das 1,5 bis 2,5-fache höher als bei anderen Menschen. Zu diesen Erkrankungen zählen vor allem Depressionen, aber auch Angststörungen, Alkoholsucht und Zwangsstörungen. Ja, ihr seht, da sind einige Sachen. Es gab auch jetzt neulich erst einen Artikel von NTV, habe ich auch euch unten verlinkt, wo auch noch mal ein paar mehr Erkrankungen aufgezählt wurden. Die durch dieses Gefühl der Einsamkeit einfach entstehen können. Muss nicht, aber kann. Und da ist nämlich der Punkt, wann entsteht denn das eigentlich? Und da gibt es eine ganz interessante Information, den statistischen Zusammenhang zwischen Erkrankung und dem Alleine-Sein. Den gibt es nur, wenn die Menschen sich dabei auch wirklich einsam fühlen und mit der Situation unglücklich sind. Das stand in einem Beitrag vom SWR und ja, und das ist eben, was ich euch vorhin gesagt habe. Es gibt diese Einsamkeit, ja, aber es gibt auch das Alleine-Sein, was mitunter wichtig ist und was gar nicht so schlimm ist. Und das ist natürlich dann auch ein enormer Unterschied, hat auch eine Auswirkung, wie ihr eben gehört habt, auf die Gesundheit potenziell. Es kann sein, dass die Auswirkung eben auch ist, dass man sich halt eben betäubt, dass man anfängt, Drogenmissbrauch zu betreiben, Alkohol, sich darin irgendwie flüchtet, um diesen Gefühl der zum einen vielleicht sozialen Einsamkeit. Ich bin allein zu Hause, hier ist niemand, ja, ja, dann mache ich mir halt mein Fläschchen Rotwein einfach auf oder trinke irgendwie mal Bier und das vielleicht nicht nur eins, sondern immer mehr und immer regelmäßiger. Das kann in die Richtung gehen oder auch um diese emotionale Einsamkeit, die man vielleicht verspürt, um die vielleicht zu betäuben. Das ist natürlich auch nicht gesund oder man kann es, wie ich euch vorhin schon sagte, sich mit Menschen umgeben, um dieser Einsamkeit zu entfliehen. Und das ist ja per se nicht schlecht, wenn man rausgeht, diese soziale Strukturen irgendwie nutzt, da soziale Netzwerke auch aufbaut, um da die soziale Einsamkeit nicht zu haben, klar. Aber man kann natürlich auch in diese Falle so ein bisschen, wie ich finde, geraten, sich mit irgendwelchen Menschen permanent, auch vielleicht sehr intensiv zu umgeben, möglichst viele und ja, um vermeintlich dann eben nicht alleine zu sein. Und das kann natürlich sein, dass man dann nicht wirklich gut ausfühlt, mit wem man sich umgibt, vor allem in engen Bindungen. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass man da an Menschen gerät, die es echt nicht so richtig gut mit einem meinen, mit denen man zwar zusammen ist, aber sich danach nur noch schlechter fühlt. Kann manchmal sein, dass es auch krankhafte Narzissen sind, die man da vielleicht aus einer gewohnten Struktur heraus, mit denen man sich umgibt. Schaut gerne nochmal hier oben und hier unten, da habe ich nochmal so ein paar Kennzeichen einfach dafür. Ja, und das ist natürlich auch nicht wirklich förderlich, auch vor allem für die Gesundheit. Ja, aber das Schöne ist ja, wie ich finde im Leben immer, es gibt manchmal Sachen, die man nicht ändern kann. Aber es gibt verdammt viele Sachen, die man ändern kann. Und ich finde auch, man kann eine Sache, drei Sachen ändern, die Umstände, das Umfeld und sich selber. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Ja, auch praktische zu diesem Thema Einsamkeit und auch dahin gehen, dass man alleine, dieses Alleinsein, ist ja auch wichtig, dass man alleine auch gut klarkommt. Das Erste ist, wie ich finde, so, so, so wichtig. Früher ist nicht heute. Das wird nicht alle von euch betreffen, aber vielleicht den einen oder anderen. Man hat sich vielleicht, wenn ihr so ein bisschen in euch reinguckt, als Kind früher ziemlich alleine gefühlt. Und das will man nicht mehr. Es kann sein, wenn ihr bei krankhaft narzisstischen Eltern, Mutter, Vater, beiden mitunter, habe ich euch oben auch noch mal ein Video verlinkt, hier unten auch, wie so ein Leben vielleicht dann ausgesehen hat oder auch noch heute aussieht. Es kann sein, dass dann so ein Gefühl der Einsamkeit hatte, dass man emotional sehr alleine gelassen wurde als Kind. Ja, vielleicht sogar sozial so ein bisschen isoliert wurde. Das hat ihr manchmal auch. Ja, und dann kann es wirklich sein, dass man dieses Gefühl, ja, unerträglich findet, es trotzdem aber mit ins Heute sozusagen nimmt und dann sich betäubt, damit sich mit ganz, ganz vielen Menschen zu umgeben, ja, dass man eben so vermeintlich nicht alleine ist. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Es kann auch als zweites sein, dieses Früher ist nicht heute, passt auch dazu, man möchte unbedingt gemocht werden. Und man denkt, ich bin immer unterwegs, ja, ich kenne ganz viele Menschen, ja, kein Problem. Und deswegen bin ich beliebt. Und das ist natürlich auch so eine Selbstwertthematik, ne, dieses Nie-Genug-Gefühl, was man von den Eltern vielleicht bei so einem Elternhaus bekommen hat. Da stabilisiert man diesen geringen Selbstwert, den man dadurch hat, vielleicht dadurch sich mit tausend Leuten permanent oder in Gruppen vielleicht auch zu umgeben. Das Zweite ist, was so wichtig ist, es gibt Hilfe und auch Unterstützung. Und das in Anspruch zu nehmen, ist überhaupt keine Schande und das ist überhaupt gar nicht schlimm, wie ich finde. Die Sache ist, man kann jemanden sich zur Hilfe holen. Wichtig ist natürlich auch die Menschen, die man sich da holt. Ich begleite manchmal auch so ein paar Menschen, gebe ihnen auch Tipps, ne, wenn man gerade, wie gesagt, in diesem Umbruch des narzisstischen Eltern beispielsweise, ja, Freunde und, 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 wenn vieles ist. Und da unterhalten wir uns manchmal auch drüber. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wichtig zu sehen. Man ist in diesem Gefühl drin und es gibt Menschen, die einen da unterstützen, da rauszukommen sozusagen auch. Aber es ist natürlich auch einen eigenen Anteil, den man da haben muss und da auch selber so ein bisschen was zu tun. Und da kommt natürlich auch wieder keine Fee, die Ping macht und alles ist anders. Es ist einfach ein Prozess und die Zeit muss man sich dafür auch nehmen. Und deswegen finde ich aber auch, ich finde diese Idee, dass auch, oder diese, gerade diese Entwicklung, das so ein bisschen breiter aufzustellen, ein bisschen mehr Publikum zu machen, finde ich total gut. Weil dann auch oftmals diese Hemmschwellen, über dieses Thema zu reden, einfach fallen. Und es sind wirklich viele Menschen, die sich einsam fühlen. Jeder Sechste, habe ich sogar gefunden, fühlt sich einsam. Also das ist natürlich auch nicht wirklich schön. Dann ist es auch wichtig, sich das nochmal anzugucken. Es gibt natürlich auch, kleiner Info noch, im Bereich des ungesunden, kranker, verdeckten Narzissmus Menschen, die einem dann suggerieren, ja, ich fühle mich so einsam und du musst mich jetzt retten. Du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich nicht mehr mich einsam fühle. Und die einen unglaublichen Druck vielleicht manchmal auch geben wollen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist, was ich euch eben gesagt habe. Man kann diesen Menschen auch etwas an die Hand geben, auch sagen, da und da findest du Hilfe, ja. Aber sie den Anspruch nehmen, an sich zu arbeiten, das müssen sie dann irgendwie auch schon selber. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht aufs Glatteis zu geraten. Man sollte Einsamkeiten nicht durch dauernde Action betäuben, ja. Das ist auch wichtig. Man muss auch mal zwischendrin vielleicht spüren, man, ja, es gab diese ganze Veränderung jetzt in meinem Leben und ich fühle mich jetzt ziemlich einsam. Es fühlt sich auch nicht gut an. Aber das mal zu fühlen, das ist wichtig. Natürlich nicht permanent und darin auch nicht zu versinken. Das ist auch wichtig, maßentscheidend. Aber das mal zu spüren, ist doch auch nicht unwichtig. Man sollte auch als nächster Punkt das Alleinsein einfach lernen. Denn es gibt diesen Unterschied, deswegen habe ich euch das auch gesagt, zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Und das ist wichtig, das eben zu trainieren vielleicht sogar. Wie muss neue Dinge ja meistens erst mal ausprobieren und trainieren und dann merken, hey, das ist eine total gute Sache. Und wie kann man das aber trainieren? Wie kann man alleine sein denn trainieren? Das geht. Es geht zum Beispiel, indem ihr mit kleinen Steps anfangt, vielleicht mal ein Wochenende, wie gesagt, alleine zu verbringen und euch mit euch zu beschäftigen auch, ja, und da zu merken, hey, ist gar nicht schlimm, ist eigentlich ganz schön. Oder dass ihr vielleicht auch mal, ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin viel schon durch die Gegend gereist, viel auch mit dem Rucksack und auch total als Solo-Traveller eine ganze Zeit immer mal unterwegs gewesen. Kenne auch viele, die so reisen und es ist auch eine tolle Sache. Ja, man kann sich einen Rucksack aufschneiden. Ich war viel in Asien unterwegs. Ja, da kann man wunderbar auch allein durch die Gegend reisen. Da trifft man tolle Leute und man merkt auch, hey, alleine reisen ist gar nicht so schlecht, denn ihr müsst selber Entscheidungen treffen. Das müsst ihr nicht irgendwen anders fragen. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr macht, wann ihr etwas macht. Und ihr merkt auch vielleicht, ihr habt mit euch selber echt auch viel Spaß. Man kann auch mal mit sich selber schmunzeln sozusagen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, das einfach sozusagen zu trainieren. Dann ist es auch wichtig, Menschen wirklich auszuwählen, mit denen man sich umgibt. Manchmal braucht man vielleicht gar nicht so richtig viele Menschen in Massen in seinem Umfeld. Na klar, es gibt eben Menschen, bei denen passt es einfach, mit denen versteht man sich gut. Aber das ist ein Prozess oftmals auch. Vielleicht da auch mal so ein bisschen zu gucken und zu unterscheiden. Es gibt, man geht vielleicht raus, man trifft neue Leute und baut da irgendwie auch vielleicht so ein Netzwerk. Aber man hat vielleicht Menschen, mit denen macht man einen Sport. Es gibt Menschen, mit denen trifft man sich, um vielleicht einen witzigen Netflix-Abend zu machen. Und es gibt einfach auch richtig, richtig gute Freunde. Und da vielleicht auch zu unterscheiden. Und ja, um diese emotionale Nähe herzustellen, ja, da sind vielleicht dann nur die wenigen richtigen Freunde da und die anderen vielleicht, um die soziale Einsamkeit nicht zu haben. Aber wie gesagt, mit einem Schuss auch alleine sein und damit auch gut klarzukommen. Dann, ihr wisst auch, das Thema Selbstwert stärken. Ich habe euch gesagt, diese Sätze wie, ich bin alleine, ich bin einsam einfach, weil ich es nicht wert bin. Ja, weil die Menschen mich sowieso nicht mögen. Ja, es können solche Sachen sein. Und das ist natürlich oftmals ein Selbstwertthema. Ich habe da einige Videos zum Thema. Schaut hier oben gerne und auch hier unten. Denn auch da kann man natürlich etwas machen. Und ja, dann habe ich noch was gefunden. Das fand ich auch interessant. Es gibt auch so eine Negativspirale. Derer sollte man sich, finde ich, auch bewusst sein. Das habe ich in einem gefundenen Artikel bei Welt. Und es scheint also eine direkte Verbindung zu geben zwischen dem Gefühl, von anderen isoliert zu sein und der Tendenz, sich übermäßig viel mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, und das aber auch in beide Richtungen. Und einmal angestoßen befeuern die beiden Sachen sich gegenseitig, diese beiden Effekte. Also wer selbstzentrierter wird, riskiert es langfristig in dem Gefühl, der Einsamkeit stecken zu bleiben. Also seht ihr auch hier, die Gefahr besteht, dass man natürlich immer mehr um sich selber kreiselt, sozusagen. Und sich zu viel damit beschäftigt. Das Maß ist hier entscheidend. Das gesunde Mittelmaß einfach. Ja, und wichtig ist dann, und vielleicht hat man da auch so ein bisschen Sorge vor, manchmal zu erkennen, ja, was macht uns denn einsam in dem Moment? Sich das vielleicht auch mal so ein bisschen genauer anzugucken. Aber auch zu gucken, ja, was macht mir denn auch Spaß? Wo kann ich denn auch vielleicht, wenn ich mich sozial einsam fühle, neue Leute auch treffen? Und natürlich dann auch in dem Falle rauszugehen. Und das ist natürlich nicht einfach, aber ich finde, es gibt schon tolle Angebote. Ich habe jetzt, wie gesagt, in der Anfrage, kleinen Anfrage auch gelesen. Es gibt, man will sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen an Holland auch orientieren, die wohl ganz viel so Nachbarschaftssachen haben. Aber auch da gibt es in Berlin zumindest, aber es gibt es, glaube ich, auch in mittlerweile richtig vielen Städten, irgendwie so Portale, wo ihr irgendwie euch auch vernetzen könnt, wo es auch zig Gruppen gibt. Ich sage mal, von Backen jetzt gerade, wo wir vor Weihnachten sind, über Sport, alles Mögliche. Und da auch zu gucken, natürlich auch da klar auszuwählen, was passt zu mir, was gefällt mir, da mal reinzuschnuppern. Und wenn es einem gefällt, geht man doch mal hin. Und wenn nicht, dann kommt man halt nicht wieder. Und das ist, glaube ich, wichtig, da auch mal zu gucken, plus auch, wie gesagt, dieses Nähe-Thema, sich vielleicht auch mal anzugucken bei sich selber und da einfach auch zu schauen. So, jetzt natürlich noch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Das Erste ist, fühlst du dich manchmal einsam? Das Zweite ist, in welchen Situationen fühlst du dich vielleicht einsam? Und das Dritte ist, woher kommt das Gefühl vielleicht her? Und was kannst du vielleicht sogar schon heute in einem ersten kleinen Schritt dagegen tun? Und wenn du jetzt Fragen hast, ein paar Ideen brauchst, kein Problem, dann kannst du natürlich auch mit mir telefonieren. Dann können wir über das Thema, was dir auf dem Herzen liegt, total gerne reden. Gehe einfach auf meinen Blog www.narzissmusverstehen.de Da habe ich unten natürlich auch verlinkt. Und dort kannst du verbindlich mit ganz wenigen Klicks online deinen Telefontermin mit mir buchen. Ihr Lieben, ich werde jetzt mal ein bisschen was kochen gehen. Ich mag es ja total gerne, ab und zu mal ein bisschen was zu kochen. Ob es schmeckt? Naja, ist immer so eine Sache. Sieht auch immer lustig aus, aber macht mir manchmal echt Spaß, wenn es zischt und kocht. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Wenn ihr jemanden kennt, dem das Video vielleicht auch helfen würde, schickt es ihm doch total gerne auch rüber. Liked es auch gerne. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, nächsten Samstag gibt es ein neues Video. Abonniert ihn gerne, dann verpasst ihr es auch nicht. Also macht es gut, bis nächsten Samstag. Ciao!